Ausnahmezustand in der Ganzstadt. Nicht die Streif, sondern der Auftritt von Andreas Gabalier beim dritten Musikfestival Kitzbühel sorgte für Furore in der legendärsten Sportstadt der Alpen. Mit Kitzbühel verbindet der Volkswagen Roller längst heimatliche Gefühle, wie er bei der Pressekonferenz kurz vor seinem dritten Kitz-Konzert verriet. Super Stimmung, super Ferien Kitzbühel, Wetterglück, auch wieder, wie gesagt, die Stadt ist in Aufruhr, die Leute feiern, super Publikum. Kurz darauf verwandelte Gabalier Kitzbühel in einen wahren Hexenkessel. Die prachtvolle Kulisse der Kitzbüheler Alpen und die familiäre Atmosphäre im Tennisstadion liebt der Hitbratenstürmer. Und wenn ich da oben schaue, kann ich nur sagen, es fühlt sich nicht nur an, als Steirer da zu Hause zu sein, es ist wirklich schon fast ein kleines Zuhause, denn es ist das dritte Mal, dass wir in Kitzbühel auf der Bühne stehen. Wir waren von den letzten zwei Konzerten so dermaßen gefesselt, weil dieser kleine Hexenkessel da herinnen einfach so unglaubliche Stimmung versprüht in einem Urlaubsdorf, wie es Kitzbühel eines ist. Kann man nur sagen, da kann man sich nur wohlfühlen. Überzeugende Bühnenpräsenz und zahlreiche Hits ließen die Herzen der Fans höher schlagen. Ich glaube, er hat mittlerweile, wenn man nach drei Jahren von der Tradition sprechen kann, schon ein bisschen eine Tradition in Kitzbühel. Und es ist einfach, in den Wochen in Kitzbühel immer eine tolle Stimmung, man feiert und die Fans sind da und ja, es ist einfach eine tolle Atmosphäre in der Stadt. Bei so viel Liebe zu Kitz verwunderte es nicht, dass sich Gavalier augenzwinkernd als Vorläufer bei der Streif, dem legendärsten Skirinnen der Welt, anbot. Also zur Vorläufergeschichte, wenn es wirklich dazu kommt, dann muss ich es bald wissen, weil wir künftig meine tägliche Zeitung in der Opferzocke lesen. Und dass das die Oberschenkel dann auch halbwegs ausfalten auf der vereisten Liste. Angesichts von kaum enden wollendem Applaus, denken Veranstalter und Unterstützer, die Kitzbüheler Eventagentur Kitzmusik, der Tourismusverband und die Stadtgemeinde bereits an die nächste Auflage. Und Kitzfan Gavalier signalisierte schon beim Pressegespräch, viel Bereitschaft wiederzukommen. Ja, wenn der Gips dann das, der ist vom Streif da im Jänner bis zum August dann wieder verheilt. Die Schenkel haben wieder Normalmaße. Die Schenkel haben wieder Normalmaße, dass sie wieder in die Lederhosen hineinpassen. Also theoretisch spricht, glaube ich, nichts dagegen. Wie gesagt, von mir aus sehr, sehr gerne. Ich singaliert für dich und dann fragst du mich, was mit mir das geht, ich glaube, ich stehe auf dich. Ich singaliert für dich und ich singaliert für dich. Könnte somit auch das Motto des nächsten Jahres sein. Und auch Gavaliers Hit, Verliebt, Verliebt, scheint perfekt seine Stimmung für Kitz zu beschreiben. Verliebt, 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 Verliebt. Wenn das so entschreut, die Morgen wird, die Neue für mich verzieht, bist du verliebt. Verliebt, 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 Ver